Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Letzt-Tutorial auf 4K Let's Play & More und heute zeige ich euch, wie man bei DSIMS 3 Mods zum Laufen bekommt. Erstmal ganz wichtig für die Mods ist, dass man einen Mods-Partner braucht und zwar im Sims-Verzeichnis unter den Benutzer-Dokumenten Electronic Arts DSIMS 3. Ihr seht, ich habe ja jetzt schon einen Mods-Ordner, aber den lösche ich jetzt erstmal, weil ich mache mir ja gleich den neuen Mods-Ordner rein. Dafür gehen wir auf meine Internetseite. Schön. Mein Intro, das gefällt mir immer wieder. So, dann gehen wir auf andere Downloads und auf Sims 3 Mods. Ich werde es euch auch im Video verlinken. Für die Mods braucht man jetzt den Mods, wie ich ja schon gesagt habe, und die Datei Resort.cfg. Die biete ich euch hier an, als Download, den Ordner plus die dazugehörige Datei. Und ich biete euch auch noch an, die Mods, die ich benutze. Das ist der Master-Condola, der Debug-Enable und der Overwatch. Damit das Spiel ein bisschen flüssiger läuft, sind diese drei Mods doch schon gut. Es gibt aber noch viele andere Mods. Eine Seite, wo ich meine Mods herhabe, habe ich auch unter dem Video verlinkt. Ich werde jetzt erstmal diese zwei Dinger hier runterladen und sie euch dann zeigen. Damit hier diese Seite funktioniert, müsst ihr euren AdBlogger deaktivieren. Und dann müsst ihr euer Anti-Viren-Programm anschalten. So, dann kriegen wir hier den Mods-Ordner, den kann man herunterladen. Wenn er herunterladen würde. Und dann gibt es natürlich noch den anderen Mods, äh, den anderen Ordner mit den Mods. Die kriegen wir natürlich auch hier herunterladen. Jetzt müssen wir nochmal warten, bis es, bis er endlich fertig ist. Okay, das ist schon fertig. Und der hier muss noch runterladen. Meine Website kann jetzt erstmal schließen. Ah, ja. Und auch der ist fertig. Das kann man so machen. Diese ganzen Sachen findet sich dann im Ordner Downloads. Einmal der Mods-Ordner mit der Resorget-CFG-Datei und dem Ordner Package. In diesen Ordner müsst ihr am Ende die Mods rein, äh, reintun, damit sie laufen. Oder ihr benutzt natürlich gleich den Mods-Ordner mit den Mods. Da ist ebenfalls Package drin, Resorget-CFG-Datei und natürlich meine drei Mods, der Debug-Inabler, Master-Candroller und Overwatch. Da ich jetzt aber den Ordner mit den Mods haben will, packe ich den Ordner mit den Mods. Dann öffne ich wieder den Benutzer, Dokumente, Electronic Arts, die Sims 3 und dann nehme ich den Ordner Mods, gerade so diesen Ordner, wie er hier steht und ziehe ihn einfach hier rüber. Äh... Hallo? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den Ordner jetzt gerade irgendwo reingestickt worden, ich rein sollte. Ach ja, Custom Music. Wenn ihr, äh, eigene Musik im Spiel haben wollt, müsst ihr sie einfach nur hier reinholen, in den Ordner Custom Music. Dann kriegt ihr eure eigene Musik auch im Spiel. Da ist der Ordner Download, äh, Mods reingekommen. Ausschneiden. Und ein bisschen. So, jetzt haben wir hier den Ordner Mods mit der Resorts.cfg Datei und meine Pack-Apps. Und jetzt starten wir einfach mal das Spiel, damit ich euch noch zeigen kann, wie man die Mods, äh, wie man sieht, ob die Mods laufen. Dafür muss ich jetzt noch Sims starten. Dauert immer so einen kleinen Moment, bis der mit endlich startet. Ja, hier habe ich noch meine Erweiterung drin, die Erweiterung, wenn ich mich spielen möchte. Und meine installierten Städte, New Sunset Valley. wenn ihr New Sunset Valley auch haben wollt, als Welt, also als Stadt, in der ihr wohnen könnt, müsst ihr euch diese einfach runterladen. Aber ich denke mal, wenn man nach New Sunset Valley sucht, in Google, findet man sie schon. Anders habe ich sie auch nicht gefunden, aber bei mir war halt der Vorteil, ich wusste, dass es New Sunset Valley gibt. Man muss aber aufpassen, es gibt zwei Städte. Es gibt einmal New Sunset Valley 2013 und noch eine ältere Version, bei der nicht alle Erweiterungspacks drin sind. Aber wenn ihr alle Erweiterungspacks habt, so wie ich, abgesehen von Inter the Future, das habe ich jetzt nicht installiert, weil ich es sowieso nicht benutze, kann man New Sunset Valley ohne Probleme benutzen. So, jetzt starten wir das Spiel. Das Video müssen wir uns nicht anschauen, oder? Das kennt ihr doch alle schon. Wenn nicht, in meinem Livestream könnt ihr euch es anschauen. Es wird demnächst sowieso noch ein Let's Play von Die Sims 3 kommen, in dem dieses Video sowieso noch vor dem offiziellen Beginn steht. So, jetzt sind wir gleich fertig mit der Ladezeit. Und wenn ihr die Mods richtig eingestellt habt, dann erscheint beim Spielbeginn das hier. Modscripts gefunden. Package NLS Overwatch, Package NLS Debuggenabler und Package NLS Master Controller. Und wenn euch das hier angezeigt wird, mit den Mods, die ihr installiert habt, dann wird es hier angezeigt. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr habt hoffentlich viel Spaß mit Die Sims 3 und mit euren Mods. Also, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!